Hallöchen meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zum LS17. Heute mit in der Folge sind der Renke und der Niklas. Hallo. Hi. So, Renke hat mir jetzt hier die Sehmaschine mal richtig eingestellt und passend zum Start ist auch da noch Synchro. Na gut, Niklas bist du's? Er redet nicht mit mir. Was? Bist du es? Ja. Ah, ich dachte du bist schon drauf. Oh. Ich dachte du bist schon drauf. Ich wollte das alles in der Aufnahme machen. Ja, toll, danke ey. Du bist mir echt einer. Na ja gut, dann mach mal schneller. Internet ist eh in ganz Deutschland angeblich scheiße derzeit. Ja, aber aktuell nur von einem Anbieter angeblich. Aber ich bin heute zur Schule gegangen und bin auf dem Hof und dann fangen sie schon mal an. Ja, weil ich auch kein WLAN und meine Mutter hat einen Stecker an Dauern gezogen. Ja, das ist echt im Moment so ein aktuelles Ding, dass da viele Probleme sind. Ich war vorhin im TS und wundere mich warum mein, weil ich da am Laptop war, im TS. Ja. In meiner neuen. Ich wundere mich warum der TS sich gließt. Okay. Guck ich auf WLAN, hab ich kein WLAN, hab ich in den Wohnzimmer gegangen. Ich hab kein WLAN. Ja. Ja, super. Aber überall anders hatte ich WLAN. Voller, vollerzend. Oben, dann bin ich auf dieses beim Laptop, ist doch da so ein WLAN an und aus. Da hab ich irgendwo, ich weiß nicht wie, ich war am Lenkrad. Mit dem Lenkrad hab ich da Eurogebox multiplayer gespielt. Okay. Bin da irgendwie auf die Taste gekommen, dass es ausging. Okay. Ja, so ist das manchmal, ne? Ja, das ist total schlimm. Naja, aber ich mein, das mit den Problemen ist ja aktuell so ein Thema, ne? Ja. Mit dem Internet. Nur, ich weiß beispielsweise, meine Freundin ist auch bei dem einen Anbieter und die hatte irgendwie Post bekommen, dass da Wartungsarbeiten durchgeführt werden, dass sie auch für mehrere Minuten mal offline sein wird und so. Also, das fand ich eigentlich dann schon relativ nett von denen. Aber trotzdem, ähm, ist ja, ist ja weiter, äh, bestehen ja weiterhin Probleme irgendwie, ne? Ja, was soll ich jetzt gerade machen hier? Ja, keine Ahnung, wie ich bin gerade am Ansehen weiter. Ich weiß nicht, äh, gedüngt haben wir jetzt eigentlich alles. Wir müssen ein bisschen, boah, ein bisschen warten jetzt gerade irgendwie. Weil wir haben halt nur einen Trecker zum, zum Sehen. Aber wir haben jetzt einen neuen großen Grubber und eine neue Sehmaschine. und kein Geld mehr. Das weiß ich, dass wir kein Geld haben. Das ist nix Neues, ne? Oh Mann. Aber wir wirtschaften ja gerade wieder Geld rein, also von daher sollte das ja kein Problem sein. Komm nicht jetzt mal besuchen. Äh, ne, ich schau mal hier was. Komm ich mal besuchen. Was sag, was sag ihr das hier? Wir pflanzen gerade Soja an. Ähm, das ist ohne mal, dass ich jetzt gerade auch eben einmal einen Ping von 200 hab. Alles klar. Runden am hohen Fahre noch nix. Erst wo ich jetzt hier oben bin, dann leckt das. Okay. Fierisch. Komisch. Dann fahr ich wieder runter. Irgendwie weiß dein PS-Mod glaube ich nicht, dass hier das Feld zusammengelegt wurde. Hab ich so das Gefühl. Ja, jetzt leckt es nicht mehr. Ja, perfekt. Erst wenn ich da oben bin, dann leckt es ohne Ende. Ja, komisch. Allergisch kundig. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. So, jetzt, äh. Ne, jetzt leckt es sogar am Hof, ey. Oh, leck mich doch. Echt? Das ist ja mega doof. Das ist ja mega doof. Was? Was soll Gras hin? Äh. Achso, wo soll Gras hin? Ist ja was? Äh. Ja, was? Entweder in die BGA oder... Im Hof ins Silo. Bitte? Im Hof ins Silo. Ja, schreib ihm das mal. Hof. Dann können wir das da nämlich lagern und dann... Ich weiß ja nicht. Ich hab immer im Moment übertrieben Bock. Ähm. Also, je nachdem, wenn wir bessere und mehr Maschinen haben, dann wär ich übertrieben dafür, äh, mal ein bisschen, ähm, Tiere zu züchten und so. Da hab ich übertrieben Lust drauf. Tierzeug zu machen. Ne, ich hab hier grad eh nix zu tun. Da fahr ich lieber mit nem Flug zur Fade 20 und flüg das mal. Ja, wenn das gepflügt werden muss und, äh, wenn da nichts mehr drauf ist, kannst du das gerne machen, ja. Das ist eine spitzen Idee. Ich bin, äh, ich bin, glaub ich, der Erste, der freiwillig den Flug nehmen möchte. Hahaha. Ist echt so. Naja, aber ich mein, das sind auch Sachen, die gemacht werden müssen. Wenn der Chef halt grad mal nicht da ist, dann müssen natürlich, äh, müssen wir selber uns Aufgaben suchen, ne. Das ist halt nun mal so. Ja, jetzt will er da wieder rein. So, warte mal, jetzt müssen wir hier. Egal, passt schon. La, 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 la. Ich find das Seelen so wunderbar. Mhm. Na, wann biegst du wieder ab, du Drecksbacke? So. 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 Jetzt fahr'n da runter. So, äh, sieht das aus. Ja, aber ich mein, wir sind ja eigentlich recht gut dabei, ne. Also vom, vom Maschinenfuhrpark her, haben wir ja eigentlich recht viel. Mhm. Mhm. Und das ist jetzt halt nur das Problem, dass wir halt nur eine Maschine für'n Grubber und einem, halt die, eine Maschine sich den Grubber und die Sämaschine halt teilen muss. Aber ansonsten passt es ja eigentlich. Ich weiß ja nicht, was sonst noch so anliegt. Vielleicht, ich weiß nicht, äh, ich glaub Bratwurst ist gerade dabei, äh, Silage zu machen. Oder halt Gras zu mähen, ne. Oh ja. So wie ich das mitbekommen habe. Okay, ja gut, dann ist das ja auch in Mache. Das ist ja recht gut. Da hat ja jeder eigentlich hier mittlerweile seine Aufgabe gefunden. Feld 20, das ist da ganz unten ja, ne. Mhm. Wo, 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 wo fährst du gerade drauf zu, was ist das da? Feld 21. Ne, rechts, rechts von dir. Ein Bahnhof. Ah, okay. Ähm. Ja, auf Feld 20 war ja Raps um, das hab ich gleich dahin geschafft zu verkaufen. Ah, perfekt. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. So, jetzt fährt er da rein. Ich denke, er hat gesagt, hier bei Feld 20, das lohnt sich ja eigentlich schon bald gar nicht anzupflanzen. Weil das so klein ist. Ja, ja. Ja, erstens das und du musst Kilometer weit fahren. Nein. Ja, das stimmt. Das ist echt so ein bisschen nervig. Aber ich mein, vielleicht haben wir ja bald, werden nach den Maschinen ein bisschen Geld übrig, um hier die Felder anliegen zu holen. Weil dann haben wir es halt ein bisschen einfacher mit den Maschinen hin und her zu pendeln, weißt du. Das ist ja dann so das Ding. Weil dann brauchen wir nicht mehr so weit fahren mit den Maschinen. Und dann haben die halt alle zentral am Hof so. Und dann sollte das doch funktionieren. So. Zack. Hubala. So. Ja. Hat er doch noch die Kurve gekriegt hier. Sehr gut. So. Dann ist das hintere. Hä? Ist das hintere Stück dann zumindest schon mal. schon mal erledigt gleich. Dann muss ich die Zwischenstreifen dann noch machen. Und dann. Habe ich den jetzt aktiviert? Ja. Perfekt. So. Und dann ist das Feld eigentlich schon mal so gut wie durch. Dann können wir die Zeit nochmal vorspulen. Und dann als nächstes würde ich dann sagen, ist die Ernte dran. Und als nächstes glaube ich soweit ich das verstanden habe. Wir haben ja jetzt relativ viel Gülle von der BGA übrig. Und wenn wir dann irgendwann Geld haben. Und der Gülle Anhänger auf dem Zettel steht. Dann können wir nämlich auch mit der Gülle. Was uns dann ja kostenlos im Prinzip zur Verfügung steht. Gülle fahren. Weil wenn wir ja ja wenn wir ja halt immer Saatgut und oder halt Düngemittel. und so bestellen. Oder kaufen. Dann müssen wir das halt wie gesagt immer kaufen. Und wenn wir dann halt Gülle so haben. In der BGA. Ähm. Ist es ja. Ein bisschen günstiger für uns halt auch dann. Dementsprechend. Und dann nutzen wir das doch halt einfach mal. So. Ich besser mal eben hier ein paar Stellen aus. Ui. So. Dann nehmen wir den gleich mal mit. Nein. Nicht die Spur. Sondern die andere hier. Die hier. Bitte. So. Aber mit dem GPS Mod ist das echt entspannt muss ich sagen. Oder Niklas? Ja. Ja. Nice. Oh der ist nein. Einschreiben. Nein? Warum nicht? Ich meine. Das ist relativ entspannt. Ja ich meine. Du musst halt nur noch geradeaus Gas geben. Oder halt dein. Ähm. Ähm. Tempomat einschreiben. Warum? Na grad bei den kleinen. Er ist total kacke. Ja gut. Wir wollen uns ja auch einen größeren. Äh. Fluch demnächst mal zulegen. Mhm. So wie ich das gehört habe. Aber wie gesagt. Wir haben halt im Moment das Problem. Dass wir halt wirklich nur eine starke Maschine haben. Und das ist hier der Fastpack. Deswegen müssen wir dann halt mal schauen. Dass wir demnächst mal eine neue hinkriegen. So. Du willst jetzt schon wieder eine neue Maschine? Den haben wir uns gerade erst mal gestern gekauft ey. Was? Den Fastpack? Mhm. Ja ja. Aber ich meine. Wenn wir äh. Genügend Geld haben. Dann müssen wir uns halt davon nochmal einen zweiten kaufen. Oder halt noch eine stärkere. Damit wir äh. Auch parallel arbeiten können. Weil jetzt müssen wir ja auch noch ein bisschen. Beispielsweise mit dem Fastpack müssen wir grubbern. Und dann müssen wir nachträglich dann noch mit dem. Mit dem sehen. Weil keine andere Maschine die. Äh. Die Geräte zieht. Das ist das was ich meine. Weißt du? Mhm. Aha. Also ich meine. Du kannst auch gerne wieder mit deinen drei Metern. Äh. Dings äh. Hier sehen und flügen und grubbern. Äh. Äh. Warum nicht? Äh. Stell dich mal nicht so an. Äh. Ähm. Blo. Bloß nicht. Äh. Äh. Ränke. Kannst du ihn mal beauftragen. Äh. Was? Als Gruppenleiter. Ja. Dass du äh. Äh. Grubbern musst mit den. Mit den kleinen. Oder sehen musst mit den kleinen Maschinen. Okay. Also er. Ja. Er soll dich beauftragen. Weil er jetzt hier. Leiter ist. Quasi. Nein. Bist du jetzt nicht mehr der Admin? Oder weißt du? Doch ich bin der Admin. Aber Ränke ist doch hier unser. Unser Cruisin. Dann musst du dich admin. Als Admin. Bitte? Dann musst du dich auslocken als Admin. Nee nee nee. Ich bin auch angemeldet als Admin. So. Das sieht schon mal ganz gut aus. Ich könnte mich auch an. Eigentlich an mein Admin. Kannst du? Hm. Glaube ich nicht. Ich werde mir das Passwort gegeben. Hat er? Hm. Wie heißt es denn? Wie heißt es denn? Das heißt. Das ist sofort ein Video. Bis das Video online ist. Kann ich das ja nochmal ändern. Ja. Ja. Hast du nicht mit gerechnet ne? Nein. Ich hab das nicht. Ja siehste. Leider. Wusste ich auch. Warum sagst du das nicht? Was? Dass du es wusstest? Ja ich wusste dass du es nicht hast. Egal. Gut Leute. Aber wenn es euch gefallen hat. Dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich super freuen. Und ähm. Schaltet auch morgen wieder ein. In der nächsten Folge. Und dann hoffe ich dass wir das Feld jetzt zumindest endlich mal fertig kriegen. Ähm. Ist halt äh. Dauert halt ein bisschen ne? Und äh. Ich finde das aber auch gar nicht so schlimm. Ich meine jetzt habt ihr vielleicht drei Folgen gesehen wie ich hier am Pflanzen bin. Anpflanzen bin. Aber äh. Das gehört halt auch dazu ne. Würde ich das im Singleplayer machen. Muss ich halt alles alleine machen. Und dann wären wir glaube ich noch lange nicht so weit. Aber. Wie gesagt. Wenn es euch gefallen hat. Gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Macht's gut. Haut rein. Ciao. Ciao, ciao.